Im Projekt Ozeane werden die großen und schweren Themen des Klimawandels und der Umweltsünden durch Öl und Plastikmüll von der Movie-Bande erklärt. Die Schülerinnen und Schüler machen auf die Schönheit und Vielfalt der Ozeane aufmerksam und erläutern, wie diese unter den Menschen leiden. Dabei schlüpfen sie in die Rolle von Experten und machen mithilfe von Trickfilmen und einfachen Erklärungen die komplizierten Sachverhalte verständlich. Darüber hinaus werden Handlungsempfehlungen ausgesprochen, wie wir gemeinsam die Meere retten können. Die Jury hat etwas gelernt und bedankt sich dafür bei der Movie-Bande mit dem dritten Platz in der Alterskategorie 7 bis 10 Jahre.